Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Cucina Nobile Mozzarella 1,59 Euro Landfreude frische Eier aus Bodenhaltung 18er Packung 2,99 Euro Paprika Rot 500 Gramm Packung 99 Cent Gurke 69 Cent Eisbergsalat 75 Cent Kohlrabi 49 Cent Avocado 59 Cent Pfirsiche 1 Kilogramm Schale 1,49 Euro Tafeläpfel 1 Kilogramm Schale 2,49 Euro Kulturschampignons weiß und extra groß 1,49 Euro Knorrfix 49 Cent Dr. Oetker die Ofenfrische 2,29 Euro Mägle Kräuter Tube Butter 1,29 Euro Monster Energy Drink 7,99 Euro Danone Frucht Zwerge 1,19 Euro Schwartau Extra 1,99 Euro Müller Reine Buttermilch 59 Cent Arla Finello Reibekäse 1,49 Euro Stork Werters Riesen 1,39 Euro Stork Toffee Fee 3,29 Euro Langnäsche Magnum Stieleis 2,29 Euro Langnäsche Stieleis 2,29 Euro Hähnchenbrustfilet Teilstücke 4,99 Euro Barbecue Putensteaks 4,89 Euro Bratwurst XXL 4,49 Euro Bio Hackfleisch 3,79 Euro Bellasan Rapsöl 1,59 Euro Kokett Toilettenpapier 3,59 Euro Tandil Flüssig Waschmittel 3,25 Euro Goldland Bienenhonig 3,19 Euro Pyjama 4,99 Euro Harry Potter Pyjama 12,99 Euro Socken 3,99 Euro Slips Retropens 5,99 Euro Home Creation Aufbewahrungsregal 24,99 Euro Lettsitz und Aufbewahrungshocker 9,99 Euro Kindersitzkissen 7,99 Euro Mini Sticker Buch 2,69 Euro Wimmel Buch 4,99 Euro Leselern Übungs Buch 3,59 Euro Pokémon Bibi und Tina Kinder Buch 3,99 Euro Lego Duplo Steine Box 22,99 Euro Lego Spiel Set 6,99 Euro Lego Spiel Set 6,99 Euro Lego Bausteine Box 22,99 Euro Playland Tipi 34,99 Euro Home Creation Insektenschutznetz 4,99 Euro Medion Sternenhimmel Projektor 19,99 Euro Bad Accessoires 17,99 Euro Reisemaltisch 8,99 Euro Lizenz Fußball 12,99 Euro Premium Grünpflanze 3,99 Euro Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und ihr uns auch in Zukunft unterstützt Um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben markiert und mit euren Freunden teilt Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen erreichen und unsere Community vergrößern Wir freuen uns auch immer über eure Kommentare und Feedback Lasst uns gerne wissen, was euch gefällt und was wir noch verbessern können Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal